Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar möchte ich mit euch heute mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen und mal schauen was kommt denn alles so broken ist bei uns im Jahr 2022 raus welche Karten werden uns vielleicht das ganze Jahr über begleiten und vor allem welche Karten werden unser Spiel prägen und verändern ich meine wir bekommen dieses Jahr sehr sehr viele gute Produkte also im 2022 bekommen wir sehr sehr viele Produkte das heißt unter anderem das Structure Deck Alba Strike was auf jeden Fall das Spiel auf jeden Fall noch mal verändern wird und wir bekommen auch Imports zum Beispiel aus Ghost from the Past allerdings bekommen wir auch Sets wie Battle of Chaos und viele weitere und genau auf die besten Karten dieser Sets möchte ich mit euch gleich im Detail noch mal genau drauf eingehen und schauen was machen die so wo kommen die genau raus und wie sind die einsetzbar was ihr auf jeden Fall bedenken müsst ich habe jetzt nur Sachen in dieses Video mit reingepackt die bis jetzt bestätigt sind das heißt wo wir auch wissen das Set kommt auf jeden Fall bei uns im kommenden Jahr raus das heißt Boxen wie die Secret Shiny Box wo zum Beispiel Sky Striker oder Witchcrafter Support drin sind die ist jetzt im Video nicht mit integriert aber sobald dieser ganze Krempel bestätigt sein sollte werde ich noch mal einen Teil 2 hiervon machen und werde das dann demzufolge noch updaten und ich denke Teil 2 bietet sich sowieso an ansonsten wäre dieses Video ohnehin viel zu lang ansonsten lasst dem Video gerne noch einen Daumen nach oben da ist ganz ganz wichtig für mich und natürlich gerne noch ein Abo dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr und würde mich generell mega freuen denn mein großes Ziel sind immer noch die 10.000 Abonnenten und ich würde mich riesig freuen wenn ihr mich auf dieser Reise weiterhin unterstützen würdet und ja jetzt würde ich sagen starten wir mit dem Video starten wir direkt mit der Brave Talk die am 27. Januar zu uns kommen soll in dem Set The Grand Creators allerdings bin ich mir noch nicht sicher ob das dann wirklich am 27. Januar der Fall sein wird da dieses Produkt bereits einmal gedelayt wurde vielleicht bekommen wir da auch noch einen weiteren Delay steht allerdings aktuell noch so ein bisschen in den Sternen und ja ihr habt es mir viel in die Kommentare geschrieben was ist die Brave Talk Engine von was sprichst du da genau und deswegen habe ich gedacht wir werden dazu noch mal ein eigenes Video machen und heute möchte ich deswegen bei diesen ganzen Karten nicht so sehr ins Detail gehen bei dem Video was ich da machen werde werde ich auf jeden Fall noch mal darauf eingehen in welchen Decks kann man die Brave Talk Engine spielen wie funktioniert genau die Kombo und heute möchte ich nur kurz und grob darauf eingehen was das Ganze am Ende überhaupt erzeugen soll und insgesamt kann man sagen diese ganze Brave Talk Engine da sucht jede Karte alles kann man eigentlich vielleicht einfach grob gesagt so zusammenfassen und jedes dieser Monster hat auf jeden Fall oder Karten generell hat einen Effekt der auf jeden Fall meistens ziemlich ziemlich broken ist und das Beste daran ist man kann einen Omni-Negade erzeugen kommen wir aber gleich dazu mit dem man dann einfach ja bevor man seine Kombos startet oder bevor man anfängt zu spielen einfach einen Omni-Negade auf dem Feld hat und damit sämtliche Interruptions des Gegners avoidet und das ist auf jeden Fall sehr sehr stark und deswegen ist diese Engine natürlich extrem im Hype gibt aber auch eine kleine Downside die werden wir uns auch gleich noch mal anschauen und ja ich würde sagen wir starten mit den Aquamancer of the Sanctuary hier der ist im OCG auf der kommenden Bandest die ab dem 01.01.2022 aktiv ist bereits auf 2 gegangen das heißt ihr seht alleine bei dieser Karte schon die ist richtig richtig gut weil egal wo diese Karte sich befindet man kann sie immer weiter verwenden und auch diese Karte kann wieder eine weitere suchen nämlich den Ride of Aramesia oder Ride of Aramesia und auch diese Karte ist auf 2 gegangen das heißt das oder diese beiden Karten sind welche die man sehr sehr gerne sehen möchte das heißt die Keykarten schlechthin in diesem Deckthema und dann haben wir auf jeden Fall den guten Wandering Gryphon Rider und das ist im Endeffekt die Karte die diesen Omni-Degade erzeugt wenn man denn ein Brave Token kontrolliert und das wird natürlich besonders gerne genutzt in den guten Phantom Knights allerdings habe ich noch eine kleine Sache vergessen bei der Karte Ride of Aramesia da muss man nochmal erwähnen dass man die Monster Effekte von normal beschworenen Monstern nicht mehr aktivieren kann für den Rest des Spielzuges das heißt man kann mit dieser Engine natürlich nur auf Deckthemen zurückgreifen die nicht so sehr auf normal beschworene Effekte angewiesen sind das heißt eher Decks die alles sowieso specialen können ich meine hier kann man einfach das Beispiel Phantom Knights gerne mal ins Spiel bringen ich meine Torn Scales sicherlich ein richtig richtig guter Effekt wenn man ihn normal benutzt benutzt man gerne allerdings kann man den natürlich auch über Umwege holen weil man kann diese Karte specialen vom Friedhof und dann kann man den normalen Effekt trotzdem noch resolven das heißt hier nochmal das kleine Beispiel egal welches Deck man kann das immer machen sobald man Monster specialen kann die natürlich ihre Effekte dann immer noch resolven können und natürlich sind alle Monster aus dem Extra Deck auch natürlich nicht von dieser Engine und dieser Karte hier gelockt weil die natürlich alle spezial beschworen sind das heißt man hat hier wirklich nur einen sehr sehr oder eine sehr sehr kleine Downside bei dieser Engine und ja der Greif wie gesagt ist der Omni-Negate bevor man anfängt zu spielen wird eine Engine sein die unser Jahr 2022 sicherlich brägen könnte sage ich allerdings mit Vorsicht weil Crossout Designator wisst ihr alle ist bei uns auch nicht zu 100% eingeschlagen deswegen schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare was glaubt ihr wie gut wird diese Brave Token Engine hier am Ende werden und insgesamt gibt es auch noch eine weitere Karte Dracobeck The Dragon Steed sicherlich auch eine nicht ganz so schlechte Karte weil damit kann man vor allem im eigenen Spielzug wenn man denn das Board des Gegners brechen möchte sehr gut interagieren damit kann man zum Beispiel bouncen sicherlich auch nicht ganz so schlecht und dann haben wir die letzte Karte noch das ist Journey of Destiny die einfach hier ja das fehlende letzte Puzzleteil ist weil sie eine der wichtigsten oder auch noch mal eine weitere wichtige Search Karte für dieses Deck Thema ist falls ihr euch die jetzt alle in Ruhe noch mal durchlesen wollt könnt ihr das gerne machen aber wie gesagt ich möchte im Detail da noch mal in einem anderen Video drauf eingehen deswegen springen wir jetzt direkt mal rüber zur nächsten Karte die sicherlich auch noch mal so das ein oder andere bei uns verändern könnte und zwar sprechen wir von Flunderies and the Journey Preparations und bis jetzt muss man sagen ist ja Flunderies oder Wanderbriesen noch nicht so richtig angekommen bei uns wir sehen das Deck vereinzelt mal toppen aber jetzt gerade auch bei der YCS hat das Deck nicht ganz so viel Play gesehen und hat es am Ende auch nicht in den Top Cut geschafft diese Karte allerdings könnte das Ganze ändern und ich meine ich weiß gar nicht ob wir darüber schon mal gesprochen haben aber diese Karte wird oder ist das fehlende letzte Puzzleteil um dieses Deck richtig richtig gut zu machen wir schauen mal über den Effekt dieser Karte kurz drüber die sagt Banish one Wingpiece Monster from your hand or face up a field add one Flunderies Monster or Field Spell from your deck to your hand und dann bekommst du auch noch 500 Life Points oben drauf das Ding ist hierbei einfach ihr könnt euch damit auf jeden Fall die Flunderies Field Spell suchen die auf jeden Fall die beste Karte dieses Deck Themas ist aber nicht nur das ihr könnt euch auch einfach alle anderen Flunderies Karten vom Deck der Hand hinzufügen das heißt das Deck bekommt noch eine weitere Consistency Karte zusätzlich ist das Ganze eine Quick Spell das heißt man kann natürlich theoretisch weil man das hier von der Hand oder auf dem Feld machen kann auch noch ein besseres Book of Moon weil das Deck spielt ja gerne schon Book of Moon um um Handtraps drum herum zu spielen und ich meine wenn ihr jetzt dann ein Monster normalt und die dann unchained dann könnt ihr einfach clean durchspielen also ich denke das ist eine richtig richtig gute Karte die dieses Deck Thema auf jeden Fall auch in den Tier 1 Bereich katapultieren könnte ich meine die Consistency Probleme fix das nur bedingt ich meine das ist sicherlich eine Karte mit der man nur spielen kann wenn man trotzdem noch ein Winged Beast hat aber trotzdem eine richtig gute Karte könnt ihr auch gerne eure Meinung mal in die Kommentare schreiben und ansonsten nochmal wann kommt das Ding raus die wird voraussichtlich erscheinen in Battle of Chaos müsste die auch erscheinen was am 10.02.2022 dann bei uns erscheinen soll wird ja generell ein richtig richtig gutes Set werden und deswegen würde ich sagen ja wir gehen erstmal weiter zur nächsten Karte die nächste Karte ist dann Dark the Dark Charmer Umbral sorry für die englischen Aussprache ist jetzt nicht mal ein Spezialgebiet allerdings keine Ahnung wie das Ding am Ende auf Deutsch heißen wird und über diese Karte haben wir generell schon mal gesprochen die ist unfassbar gut weil die könnte auf jeden Fall so das eine oder andere im Spiel verändern generell kann man sagen die macht genau das gleiche was alle anderen Charmer Link Monster auch machen nur eben hier für Dark und wenn wir einfach mal drüber schauen wie viele Brokene Dark Monster haben wir bitte im Spiel wir haben alleine mit Dragoon und Phoenix Enforcer zwei unfassbar krasse Boss Monster im Spiel die gerne mal gespielt werden vor allem gerade der Phoenix Enforcer der wird gefühlt in jedem Deck gespielt ich weiß nicht wie hoch der Prozentsatz war bei der YCS wie viele Decks in den Top Cut diese Karte gespielt haben allerdings weiß ich dass sie relativ hoch war das heißt diese Karte könnte unser Spiel natürlich auch auf jeden Fall nochmal beeinflussen weil wenn der Phoenix Enforcer bis dahin noch frei rumläuft oder diese ganze Engine dann kann man den quasi wenn er im Friedhof ist einfach sich selber holen und mobsen und dann weiter benutzen das ist halt richtig richtig gut und generell es gibt so viele gute Dark Monster ich meine ich könnte euch jetzt hier tonnenweise Beispiele nennen ich meine nur mal kurz wenn ihr gegen Sky Striker spielen würdet selbst die Ray ist ein Dark Monster also man kann damit so viele Sachen outen und ich meine das Ding zu basteln ist auch nicht sonderlich schwer zwei Monster davon eins Dark also richtig richtig gut das könnte sicherlich auch eine der Karten sein die unser Spiel nochmal verändern wird im kommenden Jahr aber wie gesagt hängt natürlich davon ab was ist oder zum Zeitpunkt wo diese Karte letztendlich rauskommt noch so im Spiel verfügbar welche Sachen werden da so gespielt aber das ist alles letztendlich noch so ein bisschen Spekulation und Zukunftsmalerei und erscheint natürlich auch in Battle of Chaos die nächste Karte ist die gute Guardian Chimäre kommt natürlich auch in Battle of Chaos raus und die braucht drei Monster mit unterschiedlichen Namen und ja das ist ein Fusionsmonster was man sicherlich gerne mal in dem guten Alba Strike oder Despia Deckthema wie gesagt dann spielen wird oder was da Play sehen wird wie konstant man dann diese Karte am Ende rausbekommen wird kann ich euch aktuell auch noch nicht sagen ich habe mich jetzt damit noch nicht so ganz so viel beschäftigt allerdings weiß ich dass dieses Deck die Karte auf jeden Fall das ein oder andere Mal basteln kann und wenn man die erstmal rausbekommen hat dann ist die tatsächlich auch gar nicht mehr ganz so einfach zu outen zumindestens solange man eine Poly im Friedhof liegen hat und generell kann man mit der Karte noch Karten ziehen und dann auch noch Karten zerstören und insgesamt hat das Ding ja auch selber noch 3300 ATK und DEV also auf jeden Fall auch eine richtig richtig gute Karte die da auf uns wartet und zusätzlich in Battle of Chaos bekommen wir auch noch weiteren Schwertseelen Support und das ist auf jeden Fall auch nochmal eine richtig richtig gute Karte und könnte so das letzte Puzzleteil sein was diesem Deckthema noch gefehlt hat ich meine es hat die YCS ja jetzt schon gewonnen aber durch diese Karte wird es nochmal besser und das ist so eine kleine Burn Karte die sagt auf jeden Fall erstmal wenn sie selber auf dem Spielfeld ist und ein weiteres Synchromonster beschworen wird dann dürft ihr einfach so eine Karte ziehen und das alleine ist schon mal richtig gut ich meine Drawfactor hat dieses Deck sicherlich genug und das ist nochmal ein weiterer der dazu kommt sicherlich alleine schon deswegen eine richtig gute Karte aber es geht noch weiter und zwar wenn unser Gegner ein oder mehr Monster als Spezialbeschwörung beschwören sollte dann können wir eins dieser Monster banischen funktioniert im Übrigen auch wenn der Gegner nur ein Monster specialt und on top bekommt er dann auch noch 1200 Burn Damage jetzt könnte man sagen die Karte ist richtig richtig gut und richtig broken aber man hat dieser Karte noch einen weiteren Effekt gegeben und zwar sagt diese Karte when you open it activates a Spell, Trap Card or Effect big effect you can banish that card and if you do inflict 1200 damage to your opening und man kann jeden seiner Effekte nur einmal pro Spielzug benutzen das heißt on top könnt ihr den Gegner nochmal burnen wenn er vielleicht einfach noch eine Zauber- oder eine Fallenkarte oder einen Effekt aktivieren sollte von der Zauber- oder Fallenkarte und das ist richtig gut das heißt man hat mit dieser Karte auch gleichzeitig noch ein Out für Mystic Mine drinne was ja so ein bisschen das Problem des Decks war so ein bisschen Removal gerade gegen Backrow und genau das wurde hiermit dann nochmal gefixt ich bin gespannt wie das Ganze dann einschlägt aber sicherlich auch nochmal eine richtig richtig gute Karte und dann machen wir weiter in immer noch Battle of Chaos mit Dark Master of Chaos den Cover Monster dieses Deck Themas ja es ist auf jeden Fall Brokner Dark Magician Support der da so zu uns kommt ich bin gespannt wie gut das am Ende wird ich meine wir können auch nochmal ganz kurz auf den Effekt dieser Karte eingehen ist es Karte's Fusion Summoned you can target one light or dark monster in your graveyard special summon it you can tribute one light and dark monster banish all monster your opened controls alleine dieser Teil dieses Effekts ist unfassbar broken ich glaube dazu brauche ich auch nicht weiter noch was anführen und dann sagt diese Karte if this Fusion Summoned card is destroyed by battle or card effect was im Übrigen gar nicht ganz so einfach ist weil zumindest durch Kampf die hat 3000 ADK und 2500 Defense you can target one spell in your graveyard add it to your hand und man kann in jedem seiner Effekte nur einmal pro Spielzug benutzen allerdings muss ich sagen die Beschwörung dieser Karte weiß ich nicht wie das genau möglich ist gibt es da irgendwelche Möglichkeiten weil ein dunkler Magier ein Chaos or Black Luster Soldier Ritualmonster wie konstant wird das am Ende möglich sein weiß ich nicht allerdings sicherlich auch kein ganz so schlechter Typ den wir uns hier gerade angeschaut haben und dann haben wir Lubelion the Searing Dragon müsste glaube ich auch noch in Battle of Chaos erscheinen ich meine das ist gefühlt das beste Set was nächstes Jahr rauskommt und auch diese Karte hat es in sich denn wenn diese Karte als Fusionsbeschwörung beschworen wird dann könnt ihr eine Karte diskarten und dann dürft ihr direkt noch ein weiteres Stufe 8 oder niedriger Fusionsmonster von eurem Extra Deck Fusions beschwören indem ihr die Fusionsmaterialien von egal wo einfach zurück ins Deck mischt ich meine selbst wenn die offen gebanished sind könnt ihr die einfach so wieder ins Deck rein mischen und zusätzlich oder als Downside darf die Karte dann nicht angreifen ist auf jeden Fall sehr sehr stark und ihr dürft für den weiteren Spielzug nur noch Monster oder Fusionsmonster spezial beschwören ich denke das kann man sicherlich verkraften auf jeden Fall eine richtig gute Karte zum Ressourcen recyceln und natürlich eben um einfach noch ein weiteres Fusionsmonster aufs Spielfeld zu bringen braucht generell nur ein Dark Monster und Fallen of Albers wie das ja viele Monster vom Albers Strike Structure Deck generell so brauchen dann kommen wir auch schon langsam zum Structure Deck Albers Strike wo auf jeden Fall hier schon mal eine richtig gute Karte drin ist und zwar der Mirror Jade The Ice Blade Dragon und der wird gebastelt aus den Gefallenen von Albers und einen Fusionssynchro XE oder Link Monster das heißt hier ist man bei der Beschwörung relativ flexibel und die Karte generell hat auch einen richtig guten Effekt und zwar Once Return Quick Effect You Can Send von Fusion Monster that lists Fallen of Albers as Material from your Exodec to the Graveyard das heißt alleine dadurch bekommt man schon das ein oder andere Monster in dem Friedhof was einen dann wieder Plus generieren kann das alleine schon richtig gut und das sind die Kosten und dann Banish One Monster on the Field but its effect cannot be used again in the next turn das heißt diesen Effekt kann man dann im daraufhin Spielzug nicht nochmal benutzen und sollte diese offene fusionsbeschworene Karte das Spielfeld verlassen bei einem Effekt unseres Gegners dann können wir den Effekt aktivieren dass wir in der Endphase alle Monster die er kontrolliert zerstört und das ist sicherlich auch ein Effekt der richtig richtig gut ist wie broken diese Karte am Ende sein wird weiß ich noch nicht ich meine die liest sich erstmal ganz gut aber ob es dann überhaupt so der Brüller ist oder das Mega Boss Monster dieses Deck Themas das weiß ich noch nicht aber was ich weiß ist dass die Karte Branded Fusion absolut geisteskrank ist ich meine viele werden es von euch schon gesehen haben diese Karte ermöglicht es sämtliche Fusionsmonster zu beschwören und es ist wahrscheinlich die brokenste Fusionsspell aller Zeiten das heißt Fusion Destiny vergesst die mal oder auch Reddice Fusion juckt kein Mensch mehr diese Karte das ist der Shit die macht so viel unfassbar krasse Action also das kann man sich gar nicht vorstellen da kann man wirklich jedes Fusionsmonster mitbeschwören was ihr euch nur vorstellen könnt also das wird absolut geisteskrank werden wenn ihr wollt mache ich dazu gerne auch nochmal ein eigenes Video wo ich euch zeige welche Monster damit wirklich alle beschwörbar sind und vor allem Werte Anaconda please ban bevor diese Karte rauskommt oder darf Anaconda nicht mehr im Spiel existieren es ist einfach viel zu gut was diese Karte macht und wie gesagt erscheint im Structured Alba Strike und damit auch zugänglich für jedermann für absolut lau das muss man hier sicherlich auch nochmal erwähnen und ansonsten bekommen wir auch natürlich noch weitere Supportkarten wie zum Beispiel Sprinkenskit die auch nochmal ein wichtiger Searcher sein wird insgesamt sucht die Karte Branded Spell und Traps das heißt natürlich kann man damit die Branded Fusion suchen also die ist generell noch auf viele Art und Weisen suchbar aber das soll jetzt heute nicht das Thema sein dann springen wir auch direkt mal rüber zu Ghost Da haben wir ja neulich schon mal drüber gesprochen deswegen möchte ich jetzt hier auch im Detail nicht mehr auf diese Karten eingehen aber da drinnen kommt unter anderem der Borel End Dragon raus der auch ein richtig richtig gutes Monster ist ja auch so ein bisschen ein Removal und ein Negate in einen und es beschwört euch sogar noch weitere Monster also ich gerade so für Rocket unfassbar gut und Dragon Link wird diese Karte sicherlich auch spielen richtig richtig gute Karte aber wie gesagt haben wir neulich schon mal drüber gesprochen und dann bekommen wir natürlich auch nur den Crystal Beast Rainbow Dragon der auch ein sehr sehr guter Import sein wird für die guten Kristallungeheuer wird das Deck jetzt nicht zum Top Meter Deck machen aber ich weiß viele Leute freuen sich extrem auf diese Karte und dann haben wir sogar noch den Decode Talker Heat Soul und die Karte die hat es richtig in sich wird nochmal eine richtig gute Support Karte sein für sämtliche Cyber Stacks die wir aktuell so rumlaufen haben und ja das war es dann soweit erstmal mit den Karten die soweit bestätigt sind von denen wir ausgehen können dass sie im kommenden Jahr bei uns ins TCG kommen wird sicherlich noch weiter geben oder wird noch weitere Karten geben dann werde ich vielleicht nochmal in Teil 2 dieses oder diese Art Video machen um euch dann von der zweiten Jahreshälfte eben auch noch alles zu zeigen aber das ist so das mit dem wir uns so im ersten halben Jahr 2022 rumschlagen werden müssen auf das eine oder andere davon kann man sich sicherlich freuen allerdings gibt es auch wieder ein paar Karten wo ich sage freue ich mich nicht so drauf Branded Fusion weiß ich noch nicht so was ich davon halten soll aber ja ich will nicht weiter rumquatschen sonst geht das Video wieder ewig lang in diesem Sinne würde ich sagen macht's gut bis zum nächsten Mal ciao ciao bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal